Was versteht man unter Rechnungslegungspflicht? Welche Unternehmen müssen eine doppelte Buchhaltung durchführen? Was ist eine Einnahmenausgabenrechnung? Wenn Sie ein Unternehmer, eine Unternehmerin sind, sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Geschäftstätigkeit in Büchern zu dokumentieren. Unternehmer sind Sie dann, wenn Sie ein Unternehmen betreiben. Dieser Begriff wurde schon einmal in einer anderen Videosequenz behandelt, daher nur kurz zur Wiederholung. Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation wirtschaftlich selbstständiger Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn ausgerichtet sein. Die Vorschriften zur Führung von Büchern finden Sie nun in einer Reihe von Gesetzen. Einerseits im Unternehmensrecht, hier vor allem im § 189 Unternehmensgesetzbuch, kurz UGB. Andererseits im Steuerrecht, hier vor allem in der Bundesabgabenordnung, im Einkommensteuergesetz, im Aktiengesetz und im Umsatzsteuergesetz. Und überall dort, wo die Vorschriften nicht in diesen Gesetzen niedergeschrieben sind, gilt das nicht kodifizierte Recht, die sogenannten Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Beginnen wir nun beim Unternehmensgesetzbuch. § 189 zählt hier alle Unternehmensformen auf, für die die gesetzliche Pflicht besteht, die sogenannte Rechnungslegungspflicht, ihre Bücher nach den Vorschriften der doppelten Buchhaltung zu führen. Diese sind alle Kapitalgesellschaften, AG, GmbH. Hinsichtlich der Personengesellschaften bestehen folgende spezielle Fälle der Rechnungslegungspflicht. Bei den kapitalistischen Personengesellschaften wird eine systematische Aufteilung vorgenommen, und zwar in jene, bei denen alle unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter, mittelbar, das heißt über eine neue Personengesellschaft, letztlich nur beschränkt haftbar sind, da sie Kapitalgesellschaften sind. Das betrifft konkret die GmbH und Co. KG oder die AG und Co. KG und bei diesen Unternehmen ist die unternehmerische Tätigkeit kein Kriterium für die Rechnungslegungspflicht. Das heißt, diese sind rechnungslegungspflichtig, auch wenn sie nicht unternehmerisch tätig sind, zum Beispiel als Vermögensverwaltende GmbH und Co. KG. In den zweiten Bereich fallen Personengesellschaften ohne natürliche Person als unbeschränkt haftender Gesellschafter, deren persönlich haftender Gesellschafter, also der Komplementär, jedoch keine Kapitalgesellschaft ist, sondern eine Genossenschaft oder ein Verein. Diese sind nur dann rechnungslegungspflichtig, wenn sie unternehmerisch tätig sind. Die dritte Gruppe von Unternehmen, die zur doppelten Buchhaltung verpflichtet sind, sind alle Personengesellschaften und Einzelunternehmer, wenn die Umsatzerlöse im Bilanzjahr 700.000 Euro überschreiten. Dabei muss dieser genannte Schwellenwert zweimal hintereinander aus den zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschritten werden und die Rechnungslegungspflicht tritt dann im übernächsten Jahr ein nach Zwischenschaltung eines Pufferjahres. Wird jedoch dieser Schwellenwert von 700.000 Euro um 300.000 Euro überschritten, sprich in Summe eine Million Umsatz Euro pro Jahr, tritt die Rechnungslegungspflicht bereits im nachfolgenden Jahr ein. Das heißt, schauen wir uns ganz kurz ein kleines Beispiel ein. Das Unternehmen X erwirtschaftet im Jahr 2013 und 2014 jeweils 750.000 Euro Umsatz, so beginnt die Rechnungslegungspflicht im Jahr 2016. Beträgt der Umsatz des selben Unternehmens im Jahr 2012 zum Beispiel 1.050.000 Euro, so beginnt die Rechnungslegungspflicht bereits 2013. Nichtrechnungslegungspflichtig nach § 89 UGB sind daher Personengesellschaften und Einzelunternehmer unter der Umsatzgrenze von 700.000 Euro, Land- und Forstwirte sowie Angehörige der freien Berufe. Das sind zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, Notare, Künstler oder Schriftsteller. Das waren die Ausführungen des Unternehmensrechts. Schauen wir uns nun die Bestimmungen des Steuerrechts. Hier sind ja die Bücher zu führen, um die Abgaben vom Einkommen erheben zu können. Hier ist es ein bisschen diffiziler. § 124 Bundesabgabenordnung besagt grundsätzlich, dass alle Unternehmen, die auch nach dem Unternehmensgesetz zur doppelten Buchhaltung verpflichtet sind, auch nach dem Steuerrecht dazu verpflichtet sind. Zusätzlich sind jetzt aber noch nach § 125 Bundesabgabenordnung auch Land- und Forstwirte zur Führung einer doppelten Buchhaltung verpflichtet, wenn sie bestimmte Buchführungsgrenzen überschreiten. Das heißt, entweder sie erwirtschaften in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 550.000 Euro Umsatz oder der Wert des Betriebes zum 1. Jänner eines Jahres übersteigt 150.000 Euro. Darüber hinaus dürfen Unternehmen, die weder per Gesetz rechnungspflegungslichtig sind, die dürfen freiwillig die doppelte Buchhaltung führen. Alle anderen Unternehmen, also diejenigen, die weder per Gesetz rechnungslegungspflichtig sind, noch freiwillig dies tun, sind nach § 126 Bundesabgabenordnung verpflichtet, ihre Bücher nach der Einnahmen-Ausgabenrechnung zu führen. Hier sind die Betriebseinnahmen und Ausgaben lückenlos zu dokumentieren. Es ist ein Wareneingangsbuch, so wie ein Kassabuch zu führen, sowie ein Anlagenverzeichnis. Und Unternehmen, die zur Einnahmen-Ausgabenrechnung verpflichtet sind, dürfen eine vereinfachte Einnahmen-Ausgabenrechnung führen, die sogenannte steuerliche Pauschalierung, wenn ihre Umsätze weniger als 220.000 Euro betragen. Alle genannten Rechtsvorschriften finden Sie online im Internet in der gültigen Fassung, im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes unter www.risbka.gv.at.